Über viele Generationen hinweg existiert der Familienname Pirozo in der Zahnmedizin. Es macht mich unheimlich stolz, meine Familientradition im täglichen Alltag gemeinsam mit Ihnen weiterzuführen zu können. Hallo miteinander, mein Name ist Pietro Pirozo und ich bin für die Trötenabteilung bei der DensBlasirona zuständig. Nach meiner Ausbildung zum Zahntechniker habe ich bis zum Wechsel zu DensBlasirona auch auf dem Beruf gearbeitet. Nebenbei habe ich zusätzlich noch die Berufsbegleitung der technische Kaufmann abgeschlossen. Und seitdem unterstütze ich Zahnärzte und Zahntechniker, den Schritt in die Welt der Digitalisierung zu wagen. Über die Jahre, die ich als Zahntechniker gearbeitet habe, konnte ich mir zum einen viel Know-how aneignen und gleichzeitig aber auch ein grosses Netzwerk in dieser Branche aufbauen. Die gesammelten Erkenntnisse und Kontakte sind schlussendlich auch der Grund, warum ich seit mehreren Jahren ein stolzer Teil des DensBlasirona-Teams bin. In unserem Team bin ich verantwortlich für den Bereich Digitales Röntgen. Meine Aufgaben bestehen aus der Beratung, Live-Demonstrationen für Kunden, die Interessen unserer Röntgen geredet haben. Dazu kümmere ich mich auch um die Übergaben und die Instruktionen der einzelnen Praxen und bin stets die direkte Ansprechperson für den Handel- und Zahnärzt. Während meiner Zeit als Zahntechniker hat sich mein Aufgabenbereich sehr oft mit meiner jetzigen Verantwortung überschnitten. Beispielsweise habe ich damals mit Hilfe von ZEREG digitale Bohrschablone hergestellt. Und genau weil ich eben damals als Zahntechniker oft selber mit dem System und Gerät der DensBlasirona gearbeitet habe, kann ich mich problemlos in ihre Lage versetzen und sie dank meiner eigenen Erfahrung bestens beraten. Durch meine persönliche Begeisterung für unsere Technologie und integrierte Workflows liegt es mir sehr am Herzen, Ihnen die vielen digitalen Möglichkeiten näher zu bringen. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, dass Zusammenarbeit mit der DensBlasirona ihren Arbeitsalltag nicht nur vereinfacht und erweitert wird, sondern Ihnen auch echte Freude schenken wird. Ich persönlich würde mich sehr freuen, Sie bei uns im Showroom begrüssen zu dürfen und beim Entscheidungsprozess zu unterstützen. Kommen Sie vorbei, damit wir gemeinsam noch mehr erreichen können. Zum Wohl der Patienten und Praxen heute und auch in der Zukunft. Kommen Sie vorbei, damit wir uns im Showroom begrüßen,